Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mal anschauen, wie ihr euch mit dem Schurken perfekt auf BWL vorbereiten könnt. Ich spiele seit vielen vielen Jahren Schurke und habe auch schon öfters in BWL gerated auf vielen Privatservern und deswegen habe ich mir gedacht, es macht einfach mal Sinn, wenn ich mit euch meine BWL Vorbereitungen ein bisschen teile. Welche Konsumables ich vorbereitet habe, auf welchen Loot ich in der INI vor allem gehen werde mit dem Schurken. Das kann euch dann vielleicht auch helfen, um besser einzuschätzen, für welches Item sollte ich meine DKP vielleicht verwenden, wenn ihr mit DKP gerated. Und dann auch nochmal quasi mit welchem Gear ich reingehen werde, mit welcher Skillung und auch so welche Strategien und Taktiken man einfach so in BWL anwenden kann, wenn man einfach überleben möchte und einfach einen angenehmen Raid haben möchte. Ich habe wie gesagt die INI schon sehr oft gerated mittlerweile und deswegen habe ich da eigentlich einiges, was ich euch im heutigen Video mitgeben möchte. BWL ist eigentlich noch eine relativ melee freundliche INI, finde ich. wichtig. Also ihr werdet da quasi mit dem Schurken und auch mit dem Krieger sehr viel Schaden machen können. In AKU 40 und in Naxxramas später wird es so ein bisschen anders. Da werden die Warlocks und die Jäger und die Magier und so weiter dann echt oft Vorteile haben, weil sich die Bosse einfach konstant bewegen oder irgendwie cleaven und man nicht wirklich dran stehen kann. BWL wiederum hat viele Encounter, wo man einfach ganz entspannt hinterm Boss stehen kann und das ist erstmal auf jeden Fall positiv für jeden Schurken da draußen. Ja mit welchem Gear werde ich reingehen? Ich habe quasi momentan, also ich bin nicht komplett Bus equipped, aber ich habe schon sehr viele Sachen, die ich auf jeden Fall vor dem BWL Start haben wollte. Was ich immer wichtig finde oder was ich angenehm finde, wenn man sich bevor BWL losgeht, quasi die beiden T2 Teile auf jeden Fall noch gegönnt hat. Die Hose droppt bei Ragnaros und Molten Core und der Kopf bei Onyxia. Die solltet ihr euch auf jeden Fall vorher noch holen, denn in BWL droppen halt eben alle anderen T2 Teile und das ist einfach angenehm, wenn man dann eben diese beiden Teile quasi schon hat. Beim Onyneck habe ich auch schon, wie gesagt, sehr schöne Halskette. T1 Schultern an der Stelle. Das Baron Cape vom Schwarzen Baron aus Stresshome UD. Der 5-Mann-Ini, den würde ich mir an eurer Stelle auf jeden Fall holen mit eurem Schurken, denn wenn ihr mal schaut, die Cloaks, die man so in BWL bekommen kann, kommt keiner, finde ich, wirklich, also keiner ist wirklich signifikant stärker, finde ich. Also der Baron Cloak ist auf jeden Fall meiner Meinung nach gleichwertig mit allen anderen Umhängen, die ihr in BWL bekommen könnt und deswegen würde ich mir auf jeden Fall den vorher noch besorgen, denn dann könnt ihr zum Beispiel in der DKP-Gilde erstmal eure DKP für andere Sachen ausgeben. Ja, hier habe ich leider noch die leichenhafte Rüstung, da hätte ich gerne auch die T1-Brust mir noch geholt, aber ist einfach nicht gedroppt und da ich so ein bisschen später in meine Gilde reingekommen bin, brauchte ich meine DKP auch einfach erstmal für andere Dinge. Ja, T1-Armschienen habe ich hier dann noch und wie gesagt hier den T1-Gürtel, beides relativ gute Teile und bin ich auch auf jeden Fall auch zufrieden mit. Dann können wir hier sehen, habe ich auf Rang 7, glaube ich, einmal hochgerankt und damit kann man sich hier die ersten beiden blauen PvP-Set-Teile kaufen, finde ich hier mal eine ganz coole Kombi, war auch von mir so ein kleiner Trick einfach, um in Molten Core nicht so viel DKP für die Set-Teile ausgeben zu müssen und mir eben andere Sachen kaufen zu können, würde ich euch tendenziell eigentlich auch empfehlen. Ich finde die Kombi eigentlich ganz cool, man hat hier immer diese 40 ATP nochmal und dadurch, so overall, finde ich es immer relativ stark, auch im PvE, natürlich im PvP auch nochmal interessant, weil man hier nochmal drei Sekunden länger auf Sprinten hat und ja, damit fahre ich eigentlich so vom Damage her ganz gut. Dann machen wir weiter bei den Ringen, ich habe mir Don Julius Band aus dem AV gegönnt, wie gesagt, eher fürchte ich im Alltag machen, kann ich euch nur empfehlen, ein sehr guter Ring, ist im PvP sehr stark, wegen der Ausdauer und auch im PvE, hat man hier sehr schöne Werte drauf. Dann habe ich hier den angelaufenen Elfenring aus Diamol Nord, ja hier wäre Akuria oder der Quickstrike Ring aus Molten Core halt, ja nochmal geiler, aber wie gesagt, ist einfach noch nicht gedroppt, beziehungsweise ich hatte nicht genug DKP dafür, ist aber vollkommen okay, finde ich, mit den beiden Ringen kann man in BWL reingehen. Ja, Trinkets für den Shorken, relativ einseitig, ihr solltet euch auf jeden Fall einen BRD Hodge gönnen, das werdet ihr relativ lange tragen und ist einfach ein sehr, sehr starkes Trinket, prockt auch gefühlt auf den Classic-Servern nochmal ein bisschen öfter als auf den Private-Servern, habe ich das Gefühl irgendwie, aber das habe ich auch generell mit allen Procks irgendwie, wie auch Crusader prockt irgendwie öfter, finde ich. Und dann haben wir hier noch Blackhands Breite, nochmal die zwei Crit drauf, wie gesagt, sind so die Klassiker einfach am Anfang, das werdet ihr dann quasi durch den Dragfang-Thalisman in BWL ersetzen, wenn ihr ihn denn bekommen werdet und genau, also mit den beiden solltet ihr auf jeden Fall in BWL reingehen, das ist eine Quest in UBS, glaube ich. Ja, kommen wir zu den Waffen, hier wird es ein bisschen interessanter vielleicht noch, der Blasterwerfer ist aus Molten Core, ist nicht ideal, gebessere Fernkampfwaffen, ich finde den Crit okay mit der Ausdauer kombiniert, ist natürlich eigentlich eine PvP-Waffe eher, ich wie gesagt auch wieder aus DKP-Mangel, habe mich jetzt für den hier entschieden und klar, man hätte sich den Stryker's Mark aus Molten Core noch gönnen können zum Beispiel oder auch den Diamond East Bogen, der ist auch nicht schlecht, wie gesagt, ich bin damit erstmal zufrieden und mal gucken, was dann die Zukunft bringen wird. Ja, was meine Waffen angeht, ist halt ein bisschen suboptimal, ich habe hier die unbarmherzige Klinge, also auf Englisch Brutality Blade in der Mainhand momentan und ich bin im PvE Schwertschurke. Generell finde ich, PvE ist immer irgendwie geiler mit einem Schwertschurken, weil man einfach so diese Positionsabhängigkeit nicht hat. Wenn sich der Mob mal umdreht, weil ein anderer DD irgendwie aggro pullt, ist man halt nicht direkt am Arsch und kann nicht mehr rein backstabben, sondern kann quasi einfach weiter Sinister Strike reinballern, also finde ich irgendwie immer angenehmer als mit einem Dolchschurken im PvE. Ich weiß aber, dass auch viele Dolchschurke gerne im PvE spielen und ich habe mich jetzt hier quasi im PvE für Schwertschurke entschieden und habe wie gesagt, die Waffe in der Mainhand ist natürlich suboptimal, weil es eigentlich eine Offhand-Waffe ist, also trägt man normalerweise eine Offhand mit dem Schwert von Oni, mit Vizkak. Habe ich leider noch nicht, droppt irgendwie auch nicht, von daher habe ich es momentan noch in der Mainhand und in der Offhand habe ich Miras Lead momentan. Ja, es sind tendenziell eigentlich beide gute Offhand-Waffen, die hat man am Anfang immer so, bevor man Epics hat mehr oder weniger und dann kommt dann irgendwann die in die Offhand. Ja, jetzt wird es eigentlich schon interessant, das werde ich dann gleich im Loot-Teil nochmal erklären, wie so meine Taktiken für die Waffen sein werden. Ich hatte eigentlich geplant, die Waffe hier dann in der Offhand zu tragen und mir entweder von Oni eben das Schwert noch zu holen für die Mainhand oder aber quasi auf das chromatisch gehärtete Schwert von Chromagus dann in BWL primär zu gehen. Aber da werde ich euch gleich nochmal mehr zu erzählen, wenn wir uns den Loot anschauen. Das ist erstmal so meine Ausgangssituation, sage ich, wie ich quasi in BWL reingehe. Das ist halt ein bisschen blöd, ich habe auch noch hier eine sehr schöne Dagger Offhand wiederum, den Kernhundzahn hier, den man quasi, wenn man Dagger Rogue spielt, also Dolchschurke, in der Offhand tragen würde, also hier. Wenn ich den Ragnaros Dolch, also Perditions Blade, wenn ich den noch bekommen sollte vor BWL, wir haben noch einen Molten Core Rate, einmal Oni, dann werde ich mit Dolch in BWL reingehen am Anfang. Wir haben auch nicht so diese Sture von wegen, wenn man Dolchschurke ist, darf man nie wieder Schwert gehen oder umgekehrt. Also wir haben, wie gesagt, alles einfach mit DKP geregelt und finde ich, muss ich sagen, auch sehr angenehm einfach, dass man einfach wirklich frei sagen kann, ey, ich gehe jetzt Dagger und jetzt gehe ich wieder Schwert. Also das ist einfach alles ein bisschen lockerer bei uns und finde ich sehr angenehm. Das heißt, also bei mir ist relativ offen noch, ob ich mit Schwert oder Dolchen reingehen werde. Ich werde wahrscheinlich mit Schwertern reingehen, aber wenn ich, wie gesagt, den Dagger von Ragnaros noch bekommen sollte, dann gehe ich mit Dolchen rein, weil der Dagger in Offhand mit Perditions Blade in der Mainnet ist, einfach nochmal mehr Damage, was ist klar. Gut, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was ich so vorbereitungsmäßig, also consumable-technisch für BWL quasi gehortet habe und dafür schauen wir uns einfach mal an, was ich hier bereits im Inventar habe. Habe ich hier schon so ein paar Sachen dabei. Die anderen habe ich noch auf dem Twink, die schauen wir uns gleich auf dem Twink an. Aber wir fangen einfach mal mit den Sachen an, die ich hier quasi gerade im Inventar am Start habe. Und ja, tatsächlich hier Fläschchen der Titanen, drei Stück, Gold wert, mittlerweile glaube ich, keine Ahnung, also bestimmt 400 oder vielleicht sogar mehr Gold momentan. Absolut krank, also der schwarze Lotus wird irgendwie gefühlt immer teurer. Und ich habe die tatsächlich alle drei selber gefunden, zufällig. Das war irgendwie auch ganz lustig, also ich musste mir die nicht irgendwie kaufen, das war sehr angenehm. Und habe die dann quasi herstellen lassen vom Heilchen in der Gilde. Ja, warum hiervon nur drei Stück? Wie gesagt, die sind sehr, sehr teuer, halten halt dafür zwei Stunden. Wenn ihr sterbt, bleiben die auch weiter aufrecht. Und ihr bekommt eben diese 1200 AP extra für zwei Stunden. Und das ist einfach immer so die Standard-Herangehensweise, wie viele Gilden das machen, dass man sagt, ey, am Anfang bitte den kompletten Raid mit Titan-Flask quasi versorgen. Mehr oder weniger, jeder sollte sich die besorgen vorher. Damit wir einfach so die ersten zwei Dry Runs einfach, wenn es wirklich gar nicht laufen sollte, wie immer noch die Möglichkeit haben, dass wir quasi hier die Fläschchen der Titanen poppen können. Und dann vielleicht irgendwie so Kämpfe wie Chromagus oder so, wo man am Anfang noch sehr, sehr wenig Sand haben wird, der deswegen noch ein bisschen schwieriger sein wird. Dass man die halt einfach schafft. Dann vielleicht das eine oder andere Item-Upgrade in BWL direkt schon holen kann. Also einfach, dass so die ID nicht verschwendet wird am Anfang. Ich glaube, das ist so der Hauptgedanke. Deswegen die Gilden oft sagen, ey, bitte jeder drei von den wichtigen Flasks vorher holen, damit wir da auf jeden Fall auch, wie gesagt, am Anfang gut durchkommen können. Ich vermute aber, wie gesagt, dass wenn man da zwei, drei, viermal in BWL drin war, wird man die nicht mehr benötigen mit einem Schurken, sondern dann nur noch auf dem Main-Tank oder auf den anderen Kriegern, auf den Tanks. Dann habe ich hier Kraft des Juju. Ja, war jetzt quasi in unserer Vorbereitungsliste einfach gefordert. Hier habe ich insgesamt 30 Stück. Habe ich quasi gerade 20 im Inventar. Ja, einfach sehr starker melee Buff. 30 Stärke drauf. Skaliert nochmal mit Sägen der Könige. Und das ist quasi so, ja, auch einfach ein sehr guter melee Buff, den ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Dann müsst ihr die Winterfall-Echos in Winterspring fahren bei den Fall Burks. Und dann könnt ihr quasi die Echos eintauschen gegen diese Juju hier. Und damit fängt quasi meine Buff-Liste an in BWL. Und die anderen Buffs, die ich mir dann durch die Konsummobils noch holen werde, werde ich euch gleich noch zeigen. Dann haben wir hier noch zwei interessante Gegenstände. Und zwar einmal hier das heilige Wasser von Stressholm. Das ist deswegen wichtig, weil bei Nefarian, also dem Endgegner in BWL, gibt es einfach so eine Welle, werdet ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, wo viele Skelette angerannt kommen, die man eben mit diesem Wasser quasi hier wegbomben kann. Und das kann man sich in Stressholm Undead relativ gut farmen, in der Fünf-Mann-Inni. Und habe ich jetzt immer schon... Ja, in den vergangenen Monaten immer, wenn ich da mal drin war, habe ich die Teile mitgenommen, weil ich halt einfach wusste, okay, ich werde irgendwann BWL raiden. Und ja, natürlich ist das ein Vorteil, wenn man einfach vorher schon ein bisschen Ahnung von dem hat, was kommen wird. Ja, von daher, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, davon ein paar mitzunehmen. Wenn ihr die nicht habt, ist noch eine andere Möglichkeit, dass ihr hier euch die Kristall-Sprengladung besorgt. Zum Beispiel kann man im Un-Goro-Krater, wenn man da verschiedene Kristalle abgibt, gibt es eine bestimmte Kombi, müsst ihr euch mal informieren, mal googeln einfach, könnt ihr diese Sprengladung hier bekommen. Und die macht eben auch AOE-Damage. Nicht ganz so viel, glaube ich, ja, nicht ganz so viel wie das Holy Water, aber ist eben auch eine gute Alternative. Oder, wenn ihr das auch nicht habt, dann könnt ihr auch einfach hier in G gehen und euch quasi hier die Goblin-Pionier-Sprengladung herstellen, die Separ-Charges, die machen eben nochmal mehr Schaden. Und das wäre halt die dritte Möglichkeit, damit ihr bei Nefarian eben auch eine coole AOE-Fähigkeit habt, um die Skelette kurz wegzubomben. Jetzt gucken wir mal, was habe ich hier noch, wie gesagt, die Standard-Dinge einfach, ne, Runenstoffverbände würde ich immer 40 dabei haben im Raid. Was vielleicht auch noch interessant ist, ihr seht hier die Fellwood-Pflanzen, das sind diese beiden, die sind eigentlich die wichtigen hier, die healen euch. Und das Schöne an denen ist einfach, die haben nochmal einen unabhängigen Cooldown von Heiltränken. Das heißt, ihr könnt quasi die verwenden, euch heilen und auch noch Heiltränke verwenden. Von daher, da werde ich auch in Fellwood mir noch ein paar von erfarmen. Da müsst ihr euch mal informieren, wie man die farmen kann. Da muss man vorher so eine, diese Splitter hier quasi von Viechern erfarmen. Die kann man dann wiederum eintauschen bei einer Nachtelfen und dann bekommt man diese Salbe hier und mit der Salbe kann man die Pflanzen heilen und wenn man die geheilt hat, dann kann man eben diese Knollen da looten. Und das finde ich auch immer schön im PVE, dass man es nicht so ganz den Healern überlässt, ob man quasi geheilt wird oder nicht, sondern sich eben auch selber noch mit den Wurzeln und mit den Tränken hochheilen kann. Ja, dann wie gesagt, der Vanish-Pulver solltet ihr natürlich mit dem Schurken immer dabei haben, genauso wie Blinding-Pulver auch. Wie gesagt, auch Nahrung immer ein bisschen dabei haben, wenn man mal ein bisschen zwischendurch hochrecken möchte, schnell. Und natürlich noch hier die Instant-Poison, also die Gifte im PVE verwende ich auf beiden Waffen. Die Gifte auf Horde-Seite verwendet man die ja glaube ich nur auf der Offend, weil man auf der Mainhand dann den Windfuey-Proc hat. So, jetzt sind wir hier quasi mal auf den Twink rüber gewechselt, auf mein Level 35er Warlock, wo ich quasi immer hier Alchemie auf 300 habe, wo ich mir quasi alle meine Tränke und so weiter herstelle. Das würde ich euch eigentlich auch empfehlen, das ist eine ganz coole Geschichte. Das ist eigentlich so meine restliche Konsum-Mobil-Liste, die ich dann hier habe. Wir fangen hier einfach mal an. Und zwar, ne, Elixir des Mungos, das ist eigentlich so der Klassiker für jeden Melee, 25 Beweglichkeit und 2 Crit, das werde ich immer aktiv haben. Da habe ich 30 Stück ungefähr, fehlen auch ein paar. Und wie gesagt, die sollten einfach immer dabei sein und immer aktiv auch im Raid sein. Dann hier auch wichtig, der große Feuerschutztrank in BWL. Auf jeden Fall auch sinnvoll bei einigen Kämpfen, bei Va'el zum Beispiel, beim zweiten Boss kann man einen Feuer poppen, bei Razorgore eventuell auch. Und es gibt noch so ein paar andere Momente, wo man den auch gut gebrauchen kann. Dann hier den Trank der freien Aktion, die Free Action Potion, ist beim ersten Kampf zum Beispiel sehr gut, bei Razorgore, weil der so ein AOE-Stun macht, würde ich euch auch empfehlen, davon sich ein paar Feuer hier anzumachen. Der verdichtete Schleifstein ist glaube ich in BWL nicht mehr unbedingt relevant, weil es da keine wirklichen Elementare glaube ich gibt, die ja quasi Immungegengifte sind. Aber habe ich wie gesagt noch ein paar über und die brauche ich auch immer noch für Moltenchor. Genauso wie der große Arcan-Schutztrank, den habe ich eigentlich auch nur für Shazra in Moltenchor. Dann seht ihr schon, habe ich mir hier etliche erhebliche Heiltränke gemacht, die man immer mal wieder gebrauchen kann, wenn man irgendwie kein Heal bekommt oder wenn man irgendwie denkt, dass der Heal nicht kommen wird, dann kann man sich eben hier mit selber retten. Gerade um einfach eure World Buffs, die man sich eben vom Raid holt, noch zu schützen, immer eine gute Sache, wenn man hier auch Heiltränke dabei hat. Jo, dann machen wir hier weiter. Der gerillte Kalmar, ein Buff Food quasi, muss man sich kurz hinsetzen und das essen. Dann hat man für 10 Minuten lang 10 Beweglichkeit. Auch sehr gut eigentlich, auch jetzt gar nicht so mega teuer, habe ich mir auch jetzt einige gekauft. Da werde ich mir noch ein paar von kaufen wahrscheinlich und die würde ich zumindest auf jeden Fall immer vor jedem Bossfight abhaben. Ihr müsst euch überlegen, wie viel Gold ihr quasi habt, also wie viel ihr euch da von reinballern wollt pro Raid. Ihr könnt es auch konstant abhalten natürlich. Ist aber auch manchmal schwierig, wenn man konstant im Kampf drin ist so oder zu schnell gepullt wird. Von daher, ja versucht einfach immer so, diese Konsumme, willst du wirklich nur 10 Minuten oder ein paar Minuten laufen, dass da die irgendwie vor den Boss kämpfen. noch aktivieren könnt. Elixier der Riesen werde ich nicht verwenden, weil es quasi von Juju Might, was quasi die 30 Stärke gibt, überschrieben wird. Wo wir halt aber 5 Stärke mehr haben, deswegen werde ich die hier nicht mehr verwenden. Die sind aber eine gute Alternative, wenn ihr euch die Jujus aus Wundersping nicht holen wollt, holt euch die Elixiere der Riesen. Die sind immer relativ günstig im Aha eigentlich und sind ja fast gleich stark. Wie gesagt, ihr habt halt eben 5 Stärke weniger. Übrigens auch eine Alternative für die Sparfüchse unter euch, wenn ihr quasi keinen Bock habt, euch hier die großen Feuerschutztränke zu besorgen, dann holt euch wenigstens die kleinen, die sind deutlich, deutlich billiger und ja, die halten natürlich auch weniger Schaden ab, auf jeden Fall. Aber mein Gott, es ist auf jeden Fall, also lieber den, als irgendwie gar keinen dabei haben, sage ich immer. Dann habe ich hier die Regenerationstränke, die sind auch ein bisschen tricky zu bekommen, weil nicht viele Leute das Rezept dafür haben, deswegen sind die relativ teuer und davon würde ich, wie gesagt, auch mir ein paar holen. Da brauche ich auch noch ein paar Stück, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man die ja auch gebrauchen kann im PvE. Im BWL fällt er mir übrigens ehrlich gesagt gerade nicht ein. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo man den verwenden wird im BWL. In Moltencourt zum Beispiel bei Lucifron, um sich selber zu entfluchen, eine sehr coole Geschichte, da mache ich immer einen an und auch bei Shazra zum Beispiel, um den Debuff runterzunehmen, wodurch man deutlich mehr Arcan-Schaden bekommt. Auch immer eine sehr schöne Geschichte, da wundern sich immer alle so, warum man dann da irgendwie überlebt. Ja, weil man einfach die hier anhat und man oft quasi viel, viel weniger Schaden, als alle anderen Milis bekommt. Dann haben wir quasi hier noch das Feuerwasser der Winterfälle. Auch ein weiterer sehr, sehr starker Consumable. 35 Attack Power für 20 Minuten, ist sehr stark. Und ihr seht hier schon, hier habe ich gerade quasi nur drei Stück. Da werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar von besorgen. Die könnt ihr auch in Winterspring farmen, an der gleichen Stelle, wo ihr die Echos farmt. Oben in der Höhle drin ist der Boss, der hat eine relativ hohe Chance, eins davon zu droppen. Und der spawnt alle siebeneinhalb Minuten. Also einfach Stoppuhr anmachen und alle siebeneinhalb Minuten in die Höhle gehen, nachdem ihr ihn gekillt habt. Dann könnt ihr den quasi immer noch farmen nebenbei. Genau. Und dann haben wir quasi nur noch, was in BWL relevant ist, hier den großen Schattenschutzdrang. Der ist eigentlich aber so ein bisschen overrated auch, wenn man momentan mal im AH schaut. Ist er sehr, sehr teuer. Weil irgendwie jeder denkt so, oh je, oh je, ich brauche mega viel Shadow Protection in BWL. Ich kann euch eigentlich sagen, so von meinen langjährigen Gradserver-Erfahrungen, wo BWL wahrscheinlich auch noch schwieriger war als hier in Classic, haben wir den eigentlich nie wirklich gebraucht. Er erleichtert den Nefarian-Kampf ein wenig, weil da bekommt man so ein bisschen AOE, Shadow Damage manchmal am Anfang. Aber meiner Erfahrung nach kann das relativ einfach weggehealt werden, finde ich. Sagt mir gerne da auch nochmal eure Meinung in den Kommentaren. Denkt ihr, dass der große Schattenschutzdrang in BWL wirklich sehr relevant ist? Oder das ist eher so ein bisschen, die Leute müssen das überdramatisieren, quasi momentan. Die großen Naturschutztränke übrigens, die wird man später in Akku 40 brauchen. Und die wird man da auch wirklich wichtigerweise brauchen. Also die habe ich quasi jetzt schon hergestellt, weil ich damit einfach später so ein bisschen Gold machen möchte. Und man momentan die Elementar-Erde noch relativ günstig kaufen kann, die man eben dafür braucht. Und wie gesagt, da finde ich es echt ein himmelweiter Unterschied. In Akku 40 braucht man die halt echt auf jeden Fall, während man die Schutztränke in BWL, finde ich, nicht unbedingt braucht. Eine Sache habe ich gerade noch vergessen. Wir sind schon wieder auf dem Schurken hier. Und zwar eine sehr wichtige Sache, solltet ihr euch auch noch holen. Und zwar den Diesel-Tee. Auch ein sehr starkes Konsumerville beim Schurken. Könnt ihr alle 5 Minuten verwenden. Gebt euch direkt 100 Energie wieder. Einfach bei jedem Bossfighter einen davon verwenden. Und das ist auch gar nicht so teuer. Da braucht ihr eine Flitz-Diestel für. Könnt ihr euch im Aha kaufen. Und ein Momentchen. Wo haben wir es denn? Hier ein erfrischendes Quellwasser. Und dann könnt ihr die quasi mit kochen. Euch selber einfach herstellen mit einem Schurken. Das Rezept hat man am Anfang bei einer Schurken-Quest bekommen. Und kann man, glaube ich, auch in dem Ravenhold-Anwesen Hier ist es irgendwas Ravenhold-Anwesen. Genau hier oben. Da könnt ihr euch das nochmal kaufen, das Rezept dafür. Wenn ihr das nicht mehr haben solltet. Das ist ein kleines Schurken-Gimmick-Ding hier. Das ist im PvP natürlich eine sehr starke Geschichte mit dem Tee hier. Aber auch im PvE nicht zu unterschätzen. Die 100 Energie. Natürlich verwenden wir den gerade, wenn ihr idealerweise quasi gerade fast gar keine Energie habt. Macht er 100 und macht dann nochmal ein bisschen mehr Damage. Das waren die Konsum-Mobiles. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Loot an, auf den ich quasi primär in BWL gehen werde. Das war'sist. Das war'sist. Die 100 dakika. Untertitelung des ZDF, 2020